Gue die Hau Planten, planten, planten Oh nö das ist nicht klar das exgoelt hat mehr hab ich nicht gehört is vielleicht biessen realic schwer bei zbooter achso would my gagner Der Scooter! Ja klar! Hm, warum höre ich die Sounds nicht? Das ist so geil! Der Song ist gar nicht durch. Ich hoffe mal, die sehen mich hier in der Ecke nicht. Also dass sie nicht genau dahin ziehen. Könnte natürlich erstmal tot sein. Getroppt! Oder? Ne! Dr. Cami! Der Hinterradopper wurde geöffnet. Oh, alle! Drei Leute sind gestürzt. Ein, zwei mich getötet. Einer nicht noch. Bleib in der Ecke, bleib in der Ecke. Bleib zurück, bleib zurück! Genau so. Die Wand rechts von mir ein bisschen offen. Nein. Das war alles für mich. Mega verämt, aber geil! Alter! Wo willst du hin? Äh, ich weiß noch nicht. Ich hab da gleich nicht. Oben ging was auf. Ich durche jetzt erstmal Turm. Ja, der ist einer. Aber da ist noch einer. Ja. Du weißt halt nicht im wildschirmischen Fenster noch offen ist. Wie giert es hier? Ja. Ich weiß gar nicht. Äh, ich glaub die G ist irgendwo hin. Kannst du in der Nähe. Warte, Chris? Was? Geh du mal auf die Waffe. Ich versuch den zu drohen. Solange kann er es ja nicht anhalten. Ich weiß nur nicht, wenn er rauspusht, ne? Ja. Ja. Ein bisschen abgeschwächt. Wo bist du? Fahr mal runter in den Keller. Ich fahr kurz in den Keller. Signal ist ganz schwach. Fahr nach oben. Signal wird stärker. Er muss irgendwo oben sein. Ja, ich hab ihn gehört. Richter zur Treppe. Irgendwo. Ähm, kannst du dir den Winkel halten, Mario? Hier? Nochmal. Ja, ich... Worauf gerichtet? Auf die, auf die Treppe. Oben, ne? Ja, ja. Okay, okay. Dann mach ich das von dir aus. Hab ihn. Sehr schön. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ja, ja. Wo ist sonst clear, ne? Ja, ja. Wo gehst du dann? Sollen wir oben versuchen rauf? Über den Korridor? Geht nicht. Ach so, doch was... Ne, es ist Reelforster alles. Stimmt. Ne, ist nicht alles Reelforster. Wie, nicht? Da haben die mich noch gemacht. Eine Minute. Ooooooh, Mann! Von dem einen habe ich aber aber so ein No-Score wer liegt. Aber leider keine Essen. Lalalalalalalala, und... Und dann noch die Granate. Ja, es sind irgendwelche Leute lit. Ich seh nur gelbe Punkte. Ja, das Gegner ist echt scheiße. Die haben die Kamera nicht ausgemacht. Ich dachte, du bist mit Blackbeard und so einem netten Schild davor. Das ist auch ganz wichtig. Damit einmal ganz wichtig. Was willst du jetzt noch ein Eich machen, bitte? Ich schieße ihn doch. Dann findet es einer. War einer? Warte, warte, warte. Ich, was muss? Wo ist der letzte? Ich weiß es nicht. Da. Wird das dann Ace? Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah, hallo. Ne, das nicht. Sogar, wenn ich noch so schlecht schieße. Oh Mann. Er hat einfach keine Chance, den Teichalkami zu tönen. Ich hab das so gut gespielt. Kaffa. Oh Mann. Oh Mann. Das gibt's doch nicht ohne den Casual. Ohne den Casual. War erst klar, letzte Runde, oder? Und jetzt machen wir's ja endgültig fertig. Was? Oh Mann. Ja, hier ist der Diffuser. Da, warte mal, wie sind denn die Bleiben jetzt gestorben? Wenn du neben dir eine Christmode explodieren hörst, Schneider weißt du was abgeht. Nehmen wir nur einer Klammer. Ja, ich weiß. Wir müssen eine normale Klamade explodieren. Das war keine Einladung um ihn umzubringen. Fuck! Passt. Er hat noch 70. Wie Pistol Kill ist der letzte jetzt? Alma, du schaffst das! Ja, 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 jetzt! Soll ich? Frag Mario ob. Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, das. Du Hurensohn! Mario, warum? Was denn? Du Hurensohn! Mario! War das ein Kill? Der hat mich umgebracht. Ja, aber soll ich das wissen? Ja, ich wusste auch nicht! Ja, ich auch nicht! Mario, also wirklich! Warum denn? Ja! Ich bring nicht gleich einen Stream um! Ja, bring Mario um! Nein, ja beide! Mario und Crema! Mario, also wie kannst du nur? Und auch noch Flo, Rian und Luma flimmst! Flo hat mich entschieden! Leiste kurz! Er kocht ne Granate! Ja, macht! Er macht! Er wirft! Er wirft! Kräuter! Weg, 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 weg! Er hat nicht den Muse... Du bist so ein Lappen, so ein Lappen bist du, wir sind drei Leute gegen einen, der letzte ist verhört worden, Michi läuft weg, stirbt, wir können schön den Winkel halten, ich werde umgebracht und hat ein verkacktes Krämer noch, ich mein die Entscheidung lag ganz klar alleine bei Mario, da konnte ich nichts für, Mario wie kannst du nur, Mario spielst du jetzt mit? Ja, wenn du so weit seid, dann ja, wir haben jetzt verloren, 3-0 gegen zwei Spieler, 3-0 gegen zwei Spieler verloren, die ersten beiden Runden waren sie zu fünft und danach sind sie auch nur geliebt, weil wir sie gekillt haben, Endminer, noch einer, hallo rechts, ne? Ah, kacke, ich bin froh, dass der vorn rüber rotiert ist Krämer, ich glaube, ist der ein, der sich überhaupt dahin, da sind zwei Leute und du stirbst jetzt, jetzt holst du die, hallo, zwei Sekunden, heute wenigstens Frost ein Kill ne, nicht bei denen vorbei? nicht bei denen oh jetzt werden wir heilen, heilig ja und jetzt hol dir den Kill du es jetzt schnell, tu es ja oh 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 Das war, ganz ehrlich, eine schöne Niederlage. Wieso hat das so schönes Ding geklappt? Ich ziehe jetzt raus. Alter. Ich schicke dir eine Einladung, wir sind schon zu dritt. Ja, klar, kannst du es machen. Mario? Ja? Er sieht gar nichts von mir. Okay, vergiss das LIE. Verdammt, was ist das im Moment überhaupt raus? Was warst du da? Ja, genau. Ich dachte, der hätte hier eine Falle rausgeschmissen. Ich dachte, ich wäre drauf. Der liegt am Boden, 40 HP noch, der Mute. Vorsicht, ich krieg's hier hinten, links ist auch noch einer. Ähm, rechts! Ach, rechts, okay. Ne, weiter rechts am Boden. Ja, ja, ich... Da, jetzt weiter da! Okay. Das ist doch jetzt eine Leiche, Michi. Was ist? Sagt doch einfach hinterm Tisch. Ähm, ja... Ja, kurz da... Christian, ich droh nochmal, ja. Wuh! Wuh, 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 wuh. Ich kann doch gar nicht drohen. Schätzungsweise... Ab jetzt zeigt das die ich nicht mehr wetten. Doch. Nein. Schauen wo ich stehe Telefon ist da! Einer ist bei B reingepusht Könnt ihr die Camps gehen? Ja Letzter wird angerufen Warte Ist an Mark Ist an dem Patch Oh Ja Voll die Gung Und mein Fünfter auch noch Immer noch an dem Fenster Fletch Aua Da ist ein Blackbeard Ich weiß Dass die Wand aufgegangen ist Blackbeard ist Halfhead Spiel Blackbeard ist ein Geisha Frost Eine Frostfalle Down Einer ist drin Einer ist drin im Raum Auf dem Tisch Auf dem Tisch Auf dem Tisch Nein mach ich nicht mach ich nicht Lame Und wer hat ihn gesehen? Ich Habe ihn nicht gesehen Ja, du hast ihn schon gesehen, aber... Du hast deinen Schild peaken sehen. Du musst es aufhören. Ähm... LOL Das war jeden. Nein! Blit? Nee, AQ. Gott, ich bin ein wenig wippt. Twitch-Drone kommt Kramer. Hab's, hab's, hab's. Okay. Das ist deine Cam da oben noch. Ja, ist doch nicht. Ja, das sind zwei Leute Blackbeard auch noch. Und, äh, sie macht auf. Was macht er auf? Äh, äh, Libana macht, ähm, die Wand ist auf zu A. Und noch... Aimt einer in meine Richtung? Ihhh, jetzt, ja. Libana. Blackbeard ist nicht und Blackbeard ist verloren. Sie pusht weiter, ein bisschen näher. Ähm, sie aimt auf jeden schönen Winkel. Guck da nicht. Äh, jetzt... Wer sie guckt. Weiter, sie geht jetzt zur Hausmeister. Jetzt... Guckt sie grad nicht. Jetzt guckt grad keiner. Ganz langsam, ganz langsam, kann sie gehen. Sie guckt grad nicht. Grad nur sie, ich seh grad nur sie. Sie guckt, aimt wieder? Nein, nein. Sie setzt nach. Sie setzt nach. Sie guckt, aimt ab, sie endt ab. Sie pusht zum, äh, direkt links zu dem Hinterkrimer. Direkt links. Jetzt, Michi, jetzt, jetzt, jetzt. Schnell. Okay. Diffuse liegt da. Warte, warte. Okay, Blackbeard. Warte, sag's mir. Warte, warte, warte. Michi, lass mich, okay? Okay. Mhm. Er geht so ganz langsam zur Ecke. Guckt aber noch durch die Löcher. Okay, das macht's jetzt. Das macht's jetzt, hm? Er geht jetzt wieder ein bisschen zurück. Und wird von Mario gezählt. Oh, Luma! Komm schon, das war's. Das war's. Da, hallo. Oh Gott, 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 oh Gott. Einmal die Falle. Mir ist�AS structurig drauf. Die Falle ist nicht da. Die Stochler war jetzt weg, aber mein Falle steht noch. Oh, 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 oh Das ist, ja Das wird es, ja Das ist tot Das war der Platz, das spielt glaube ich Ah ne, das ist die Drohne. Haha, meine Pfanne. WTF, wie können die da durchmuschen? Ist die drin, ne? Ja. Vorne links, äh, vorne rechts. Ja. Ah, ich liebe Kapkan. Ja, easy würde ich sagen, ne? Ja. 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 Ja.